Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Blogartikel zum Thema Die dritte Welt holt auf. Alles, alles bewegt sich in Richtung Digitalisierung. Die Digitalisierung bietet so großartige Chancen, die mit ihr einhergehenden und aus ihr hervorgehenden immer neuen Technologien sind, so sexy, so smart, herausfordern, sie lösen unzählige Probleme und erleichtern das Leben dermaßen, dass die weltweite Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen seit Jahren geradezu explodiert. Chancen endlich für die dritte Welt Die Digitalisierung hilft auch und ganz besonders den Volkswirtschaften von Entwicklungs- und Schwellenländern auf die Sprünge. Noch 2001 hatten die Industrieländer einen Riesenvorsprung. Damals lebten 75% der User in der sogenannten Ersten Welt. Heute steht es 3 zu 2 für die Schwellenländer. Schauen wir uns doch einmal an, was dort so alles abgeht. Was die Zugänglichkeit des Internet betrifft, existiert zwischen den Industrie- und den Entwicklungsländern nach wie vor ein großes Gefälle. Sind es hier weit mehr als drei Viertel der Menschen, die von den Annehmlichkeiten des World Wide Webs profitieren, so verfügen in Afrika nur etwa 30% der Menschen über einen Internetzugang. Allerdings 7 von 10 der am rapidesten wachsenden Internetbevölkerung befindet sich in Afrika. Und es gibt dort mehr Mobiltelefone als Trinkwasseranschlüsse. Not macht erfinderisch. Man unterschätze nicht die unbändige Kraft und Motivation, die aus kargen Verhältnissen zu erwachsen vermag. Nehmen wir wiederum das größte Sorgenkind. Der größte Teil der in Afrika getätigten Investitionen fließt in den Ausbau des Internets. Hierbei handelt es sich um die gewaltigsten Fortschritte bei der Entwicklung des afrikanischen Kontinents seit Jahrzehnten. Dank Digitalisierung können nun auch Afrikaner ihre Länder ökonomisch und politisch mitgestalten, können sich entfalten und prosperieren. Afrika ist tatsächlich der weltweit zweitgrößte Markt für Mobiltelefone. Gut 70% der Afrikaner besitzen ein Handy. Mögen sie auch für unsere Verhältnisse veraltet sein. Trotzdem sprüht Afrika nur so vor Ideenreichtum. Die schwierigen Verhältnisse spornen die Jungs und Mädels offensichtlich zu Glanzleistungen an. Dafür, dass Global Player wie Amazon sich zurückhalten, entstand ein florierende, digitale Graswurzelbewegung, wie sie nur das Internet hervorbringen kann. Und die die Erfahrung bestätigt, dass zu viel Wohlstand durchaus das Potenzial hat, die intrinsische Motivation zu konterkarieren. Da die Infrastruktur große Mängel aufweist, waren die Afrikaner in den vergangenen Jahren gezwungen, ihnen nicht zugängliche technische Neuerungen einfach zu überspringen. Der Ausbau des Festnetzes hinkt seit Jahren den Notwendigkeiten hinterher. Das hindert die Afrikaner aber nicht daran, hochintelligente, mobile Alternativen zu entwickeln. Hinzu kommt ein reger weltweit seinesgleichen suchender Erfahrungsaustausch der Startups untereinander. Aus Konkurrenten werden so Freunde, Partner und Kooperativen. Internet und mobile Telefonie verändern den ganzen Kontinent mehr, verhelfen ihm zu größeren Entwicklungssprüngen, als es ein halbes Jahrhundert Entwicklungshilfe zu leisten vermochte. In Afrika schießen die Startups aus dem Boden. Viele Länder des beispielhaft unterentwickelten Kontinents tun sich seit einigen Jahren mit einer Vielzahl großartiger Startups hervor. Statt Hunger, Armut und Bürgerkrieg herrscht überall dort, wo dank digitaler Technologien Gründerzentren entstanden sind, Goldgräberstimmung. Junge Leute nehmen ihr Schicksal in die Hand und emanzipieren sich von den in der Kolonialzeit wurzelnden Abhängigkeit. Niemand weiß außerdem besser als sie, was in ihrer Heimat zu tun ist. Beispiel gefällig? In Ghana wurde eine großartige digitale Jobbörse entwickelt. Jeder kann hier Jobs anbieten und suchen. Sind Angebot und Gesuch kompatibel, werden beide Parteien automatisch per E-Mail oder SMS informiert. In Kenias Hauptstadt Nairobi befindet sich das Telekommunikations- und IT-Unternehmen Safaricom. Hier kümmern sich inzwischen Tag für Tag mehr als 3000 Mitarbeiter um gut 200.000 Anrufer. Safaricom kooperiert mit dutzenden anderen IT-Unternehmen, die die Gesundheitsversorgung Afrikas massiv verbessern, in Klammern M-Health, die sich um Bildung kümmern und die für Pharma spezielle Apps wie M-Pharm entwickelt haben. Die 2007 in Betrieb gegangene Safaricom-Tochter M-Pesa ermöglicht Geldtransfers auch über veraltete Handys. Auf diese Weise können die Nutzer von M-Pesa Geld auch in die entlegensten Gebiete schicken, wo man sich dann am Kioskbar auszahlen lässt. Als die Firma an den Start ging, plante man optimistisch mit bis zu 70.000 Kunden. Schon nach einem Jahr waren es 2 Millionen, nach zwei Jahren 11 Millionen und heute nähert sich M-Pesa mit großen Schritten der 30 Millionen Marke. Statt 70.000 Kunden insgesamt hilft die Firma heute der gleichen Anzahl Menschen dabei, einen Mikrokredit zu erhalten. Mittlerweile ist M-Pesa das erfolgreichste Mobilfunkbezahlsystem der Welt. Dank Digitalisierung wird den Afrikanern endlich auch jene Bildung zugänglich, die sie für die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung ihrer Länder so dringend brauchen. So gibt es in Uganda die großartige Bildungs-App Brainshare, die das gemeinsame Lernen in interaktiven Schulzimmern ermöglicht. Die Kameruner Comso bietet Bildungseinrichtungen eine Cloud, innerhalb derer die Kunden ihre Planungsvorhaben optimieren können. Die ghanische Firma Flip Campus hält Studenten über Bildungsveranstaltungen, Vorlesungen und Neuigkeiten aus dem Universitätsbetrieb auf dem Laufenden. Die Teilnehmer können sich hier über Bildungsangebote austauschen und sind gleichzeitig bei der Suche nach Jobs und Studienplätzen informiert. Großartig auch das 2012 im nigerianischen Lagos gegründete Yumiya, ein inzwischen panafrikanischer, boomender Internet-Versandhandel, der allein von 2014 bis 2050 aberwitzige 900% Wachstum zu verzeichnen hatte. In der kenianischen Stadt Machakos vertreibt das Unternehmen M-Kopa Solarstromanlagen. Was liegt auch in einem sonnenverwöhnten Land näher, als die Stromversorgung auf diese niemals versiegende Quelle zu errichten? Inzwischen hat die Firma über 20.000 Kunden, die das Angebot, eine Solaranlage auf Ratenbasis zu erwerben, in Anspruch genommen haben. Die täglich fallenden umgerechnet 40 Cent werden über das mobile Bezahlsystem M-Pesa beglichen. Nicht nur die Industrieländer können Zubehörbetrieb, zum Beispiel Automobil. Das nigerianische Unternehmen Carparts Nigeria unterhält einen Online-Shop für Auto- und LKW-Teile aller Art. Ein Portal, das dem Nutzer das rasche Auffinden von Werkstätten in der Nähe ermöglicht. Außerdem kann man hier Automobile verkaufen und versteigern. Die südafrikanische Plattform Bosa unterstützt afrikanische Musiker, Maler, Bildhauer, Schauspieler und Filmemacher bei der Publikation und der virtuellen zur Schaustellung ihrer Kunstwerke. Hier kommen Künstler mit ihren Kunden und Fans in Kontakt und können miteinander kommunizieren. Sogar das von der jahrzehntelangen Mugabe-Diktatur gebeutelte Zimbabwe profitiert von den Segnungen der Digitalisierung. Über den Provider e-Productivity können hier Firmen ihre eigene Produktivität ausrechnen. Die Digitalisierung erreicht, was Entwicklungshilfe in Höhe von Billionen von Dollar über Jahrzehnte nicht erreichen konnten. Was allein Afrika uns vormacht, ist Anlass zu großem Optimismus. Und wir können unendlich viel davon lernen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf. Gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come2Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.